Ich muss nur die Bauer drauf, hier. 2, 1, 2, 5 Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Jubiläumsendung, zur Jubiläumsausgabe von Bauer sucht Frau, da bei uns in Hochhofen am Irsee. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin eine Katrin Schlampe mit der Wampe und wir haben jetzt einmal eine Bauer sucht Frau und wo ist unser Bauer, der Markus? 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 Ja bitte ich aus der Mühle ausbitten. Ja bitte ich aus der Mühle ausbitten. Ich möchte mich nicht mehr an der Mühle ausbitten. Ich war in der Kielversammlung. Ich bin ein Kielversammlung. Ich bin ein Kielversammlung. Mensch jetzt auch ein Kielversammlung auf unserem Kielversammlung. Abge tenho eine Katrin Schlampe vorung, ohne aber über über das Recht, das hat Consols Zahl, was soll man schon damit sein lassen? Siehst du was Rettstücke? Ich habe meine Hardslibs. Das ist eine gute Note. Ich hab's die vom Bus rausgeflagert, weil die geht an! Ich bin Silo! Das ist Silo! Das ist Silo! Das ist Silo! Das ist Silo! So, lieber Markus! Wer alt bist denn du heute? 120! Ist glaube ich nicht egal! Und von Beruf? Was tust du von Beruf, Markus? Nix! Klar! Ganz brav! Wie du weißt, Bauer sucht Frau! Gespielte Szene habe ich! Kein Gespielte Szene! Der Markus hat heute einen Haufen Aufgaben zu machen! Und zur Unterstützung möchten wir bitte schönen Altbauer in Sepp und die ihr mich auf die Bühne binden! Genau! Genau! Die Leichsfahrt! Die Leichsfahrt! Die haben wir selber mit! Die Leichsfahrt! 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 Ohne Luft, ohne Lüge, wünschen wir, jeden Abend. Er ist auf der Schlappe. Er ist auf der Josef. Er ist auf Josef. Er ist die, die Mama von Markus. Er ist auf der Josef. Er ist auf der Josef. Er ist auf der Schlappe. dads показывare. Ich opsche mir. Noch ein Baby aus. Das gibt Antwort Automatik. solange der Fürst von den Bäumen an der Tisch ist, wird es da, was du sagst, aber er zieht es aus. Ich glaube nicht so gut. Wir dürfen was trinken, ja? Ich will mal Schnaps, ey, denn. Und mit einem Fließtermann trinken. Ich bringe es mehrere Jahre, weißt du? Ich habe nicht so viel, ich weiß nicht, aber es lohnt, ey. Durchscha, Sepp, durchscha. Ich liebe dich. Na, durchscha, Sepp, Sepp. Sepp, sieh doch nicht so. Verschießt er nicht für die Zeit. Oh, Frau Kathrin. Das Leben, ich liebe dich. Danke, du bist. Ich gebe euch, ich liebe dich. Ich gebe euch, ich liebe dich. Das ist mal so. Das ist ein, ich liebe mich, ich liebe dich. Das ist mal so. Das ist mal so. Und das ist mal so. Wo sehen Sie, dass Sie die Mama von Markus haben? Ja, Markus. Mein Papa, mein Karl-El-Rubbel. Jetzt geh mal ruhig. So, bist du mal ruhig geworden. Um ihn geht's. Pizza. Selbst auf, nicht so viel. Was war's denn jetzt denn? Schau, ich hab Profit nicht so viel, aber die Kinder sind auch da. Du bist aber ruhig, Markus. Dadurch, dass der alte Bruder, der Roman, bei Bauersucht, Frau Hochwalds-Olivakus sind natürlich ganz viel, einen ganzen Haufen Bewerbungen reinkommen. Drei Stück. Ich möchte euch jetzt ganz kurz die ersten Bruder vorlesen. Guck mal, Feuer! Hör! Hör! Ah, du darfst zuvaliger sein. Hör! 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 Kannst du den ersten Brief vorlesen? Grüß dich, lieber Bauer! Ich, 35-jährige Hofstute, Helga, vollbusig! Was? Schon wieder so ein grösses Putschen mit grösses Putschen? Du zügig! Du zügig! Vieres, wo bist denn du in Zügigammer? Sehr recht, hoffe nicht zu viel! Ja, ich, die Helga, möchte mich auf diesem Weg bei dir als Hofstute bewerben. Ja! Ich hoffe, du bist sexuell sehr aktiv. Denn ich suche einen Mann mit Pferdeschwanz! Pferdeschwanz, Frisur, egal! Pferdeschwanz, Frisur! Ich glaube, ich muss jetzt mal zwei, drei! Na, jetzt ist's gut, wir haben ja schon klein! Na, jetzt ist's gut, wir haben ja schon klein! Na, jetzt ist's gut! Ich hab' dich zurück! Ja, aber schon, du hast die Freude geboren! Du kriegst nicht mehr! Frau! Jetzt hab' ich den Namen vergessen! Du hast wieder Feuerzeug! Der Buh darf auch trinken, gell! Mach' uns schau', dass der Papa nicht so viel erwischt! Ja, der Papa nicht so viel! Ja! Ich hab' ich das gleich. Der Papa nicht so viel! Rechen und rauchen! So, jetzt möchte ich kurz den zweiten Buch vorlesen! Das ist eine ganz nette Frau, die ist hübsch von Ostblock von Wern in der Gegend. Servus, Gschöter. Ich bin die Gitte von Grammatneisiedl. Ich hab von Montl aus Oberhofen gehört, dass du eine Wirtschaftlerin suchst. Was glaubt ich da? Ich kann den Sammler machen. Ich hab' nicht frei getrunken. Ich hab' nicht frei getrunken. Ich kann nicht immer sehen. Amel, was ist der Gucki? Ich hab' nicht frei getrunken. Die Gitte von Grammatneisiedl, da haben wir weiter bei dir. Ich bin ein bissel teuer in der Erhaltung, ich hab ganz kleine Hände, aber dafür einen großen Magen hast du ja wieder so ausgefuttert. Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr tierlieb und gut zu vögeln. Ich bin ein bissel und muss ich den Tatsache sprechen. Ich bin ein bissel. Ich weiß nicht, dass man ihn auch noch mal vom Hals schlugt. Dies ist auch der Hunde, das wir tun. Diesmal tutschen, gehen wir nicht ins Haus. Nein. Ist auch ich. Ich glaube, es wird mir mal echt schnapp sein. Nein, jetzt ist es nur absehbar. Ja. Aber nur ein Kanister. Mach nur Spötscher. Ich will auch noch mal mitwenden mit uns. Weil heute noch ist er. Ich will auch noch. Nein, so. Sepp, schau nicht so ein bisschen. So eine fesche Frau, das weiß ich nicht. Das ist doch die, was wir jetzt auskennen. Was machen wir mal gleich? Wollen wir gleich sie nachmachen? Nein. Wie ein Strim. Das brauche ich vor Feuerzeigereich schon. Das ist eine Ruhe, gell? Das ist einer, wenn die die was nicht vorarbeiten. Nur im Hof drauf gucken. Nein, da sind keiner. Zuerst. So ist das so meine Ruhe. Ich gebe du meine Ruhe, weil ich sage. Jetzt bleibt doch eh noch mal eine Bewerberin über. Aber das ist ein Rassistpferd. Pferde sind gut auf unserem Hof. Ist eher auf der Gegend. Wir werden ein bisschen schicken und weg zusammen. Richtung Schächter. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Ich lese kurz diese Bewerbung vor. Das Teutsch herbe ich vor, weil ich schon ein bisschen entschuldige. Das passt nicht ganz. Aber jetzt werden wir schon hingehen. Hallo. Mein Name ist Babitschka. Große Po, Nassepitschka. Ich bin zweimal 20 Jahre alt. 20 links, 20 rechts. Ich habe nicht gerecht dir. Sag, du bist doch mein Ruhe. Markus. Ich möchte ganz eine liebe, eine schöne Pferdehofdane für dich und deine alte Futter sein. Du kannst auch, dass der Horn dann hin. Ich, Babitschka, gebe dich jedes Tag Happy-End-Massage in die Pferdestoll bei die Kaipel-Boxe. Das du kannst, kriege ich mit mich. Hast du Zeit? Geld spielt eine sehr große Rolle. Das du kannst, kriege ich mit mich. Hast du Zeit? Geld spielt eine sehr große Rolle. Au, 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 au. Du kannst mir auch mehr was übersehen. Nein, wir haben auch mehr was übersehen. So lieber Markus, schau nicht zu Markus. Das ist die nette Ostblub-Mabitscha, Mabitschka, ich darf mich dir kurz vorstellen, Mabitschka! Komm rein! Ich merke dir nur, ich muss auch sein. Das ist doch mal ruhig, das sag ich mir aus! Sag ich will nicht mehr, Mabitschka! Das ist der erste ? Das ist der erste ? Ich hab' den Bruch noch nicht verstanden. Der ist noch auf Fernsteier. Schau, wie der Fernsteier ist. Schau, wie der Bruch Fernsteier ist. Schau, wie der Bruch fernsteier ist. Dann wird der Bruch noch nicht mehr erledigt. Die Bruch haben keine wirklichen Laufsteier. Aber die Bruch war nicht mehr. Schulz erledigt den Bruch für den Bruch. Der Bruch wäre das Schnappgörl. Schnapp, Nevers. Der ist beschwerlich. Aber dann sind wir jetzt komm, ja? Der Bruch noch hat schon Glück. Ein tschechisches, haben Sie? Ach, Sieh, sind Sie an der Niederloge, gell? Rost! Sauten mag das Luder! Dass wir noch eine Hundfrauerei haben, dass wir noch mehr haben, von der Zeit! Das ist ja so teuer, da oben! Seht ihr dies jetzt durch, gell? Heut ist's durch! Nein, heut ist's durch! Heut ist's durch! Das ist okay, ich kann es nicht durchschauen! Sieh... Nein, es geht nicht! Du wirst eh schon wieder weg! Nicht den zufrieden, die Kinder sind auch da! So lieber Wacken! Ich muss noch mein Mann in den Haus! Trotzdem! Wacken wir, mein Hübscher! Die Gaudi ist jetzt vorbei! Jetzt geht's auch ein bisschen hochbuchen! Hochbuchen, weil jetzt hab's euch eh ein bisschen bekannt gebracht, das war... Auf der Westerbüse ist auf der Ball! Ich muss meine Arbeit gerät holen! Aber du hier im Atten, die klein kommen wieder! Nie muss ich Arbeit gerät holen! Woher? Ja! 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 Ja!